Die meisten Menschen sind über- oder unterversichert und sind sich dessen nicht bewusst. Alle zwei bis drei Jahre sollten Sie Ihre finanzielle Absicherung unter die Lupe nehmen. Analyse und Beratung zu den Themen Altersvorsorge, Finanzierungen und Versicherungen sind für Sie unverbindlich und kostenlos. Als unabhängiger Makler können wir die Betreuung von bestehenden Versicherungen übernehmen und Sie zukünftig beraten, wenn Sie es wünschen. Kontaktieren Sie uns!